Hallo Leute, heute ist mal die erste Überlebensmission dran, oder Überleben halt, auf Resistance, mit Apfel, wir sind beide Level 50 endlich, ich hab mal gelevelt, und meinen Lieblingstitel ausgewählt. Resistance, Bombsquads, Attack Dogs, Shoppers and Juggernauts. Ach ja, er hat sein Spiel auf Englisch gestellt. Was ich auch besser finde, weil auf Englisch ist das Spiel viel geiler. Du hast doch gerade erzählt, dass es ein Fail war. Nein, nur, dass es die Kampagne auch in Englisch übersetzt hat, weil die dann alle in Englisch quatschen. Aber das geht eigentlich. Hast du deutsche Untertitel? Nö. Kann man aber bestimmt auch wollen. Du bist eigentlich ein Amerikaner. Ja, ne, ich komme aus Amerika, ne? Das Geile ist, so wie bei GTA 4, du musst es immer lesen, weil du verstehst es gar nicht. Und wenn du dann dabei noch Auto fahren musst, musst du erstmal anhalten, und dann fahren die alle rein. In der Autobahn. Ähm, hat Cedric überhaupt schon was hochgeladen? Cedric, oh yeah, ich liebe das. Keine Ahnung. Ja, komm, jetzt ziehen wir sie so richtig, euch gehört. So, wo ver... Ah, so weit... Wave 1. Ist nicht wieder... Ach, scheiß drauf. Armour 250. Panzerung 250. Nein! Gib mir ne Shotgun! Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ach, komm schon! Aha! Aha! Alle meine! Oh, um! Das ist meiner! Halt, ich bin ne Lüge! Alter, hör auf! Mach mal 5! Ja, nö, jetzt nicht mehr. Oh, wirklich! So ein Mungo nicht! Äh, wir verkampen uns übrigens dort, wo er gerade war. Würd ich mal sagen, dass wir uns hier wieder verkampen, oder? Ja, wieder hier, ne? Wir haben hier die meiste Zeit übergebt. Wir müssen dann in der 26. Angriffshölle aufpassen. Da kommen nämlich drei Chunkernauts. Und Leute auch noch. Boah, auf die Entfernung! Alter, der Snap hier grad mit ner Pistil! Gangster, so macht man Halo auch! Ah, komm her doch ab! esuhr drei auf dieser Heimmann als Mal zusammen rumlaufen aus zwangel剛 ich habe keine Idee, was ich mache oder stimmt Stimmt Alter ich hab jetzt die Barrette 50 Köln gekauft und 50 Kohl bei der 50 Kohl ja so heißt es auf Englisch Caliber da steht aber damit für die Kohl das steht nicht bei der Köln und der 50 das heißt nicht bei der Kaliber 50 sondern der wird für die Kohl der betrifft die Kohl das hört sich so geil an Boah Epic Hardscope 10 Minuten Hardscope Na kommt Na müsst ihr genauer schafft das einfach nicht Komm schon Hier Ich muss mal nachladen eine Runde Ich hole mir jetzt einfach Fingerfertigkeit am Ende äh Ende Boom Marathon Pro Snipen Marathon Pro Snipen No Scope No Scope No Scope Einfach nur No Scope mit der Barrette No Scope No Scope Oh ich kann mir Fingerfertigkeit holen Mach ich auch Ja ich noch nicht Oder soll ich mir schnell Zielen holen Na Sniper benutzt du eh nicht mehr lange Und wenn Mit Sniper Quickscopen ist es dumm das heißt man kann auch Hardscopen fertig Oh Scheiß drauf Ich hab mir jetzt einmal Fingerfertigkeit gekauft Hä warum hab ich jetzt kein Fingerfertigkeit Achso ich hab's noch nicht abgeworfen Letztes Mal hat mir Energy Drei Mal meine Fingerfertigkeit geholt Also geklaut Drei Mal Das zieht 15.000 würd ich mal sagen Ja Ich hab immer nicht aufgepasst Die haben immer Leute getötet dann Los 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 Boah der war knapp Bitte lass mir ein paar Kits Boah kling nach Fertigkeit Wuuuuh Hui Los Scope Los Scope Scheiß drauf jetzt sind meine Dinge weg Aber egal Brauch ich sowieso nicht Kannst du mich auch wiederbeleben Ne? Äh 5 Mal He 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 das ist wieder weg Aber Scheiß drauf du kannst mich auch wiederbeleben He 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 Feindliche Truppen nähern sich Feindliche Truppen nähern sich Feindliche Truppen nähern sich Fick dich das sind meine Höh Alter Fick dich Oh yeah Ich bruch Geld Mann Junge Mann Junge Lass uns jetzt mal Mal auf zu rushen Rushen ist Scheiße Auch die Kids zu stilen Die Kids zu stilen Bei Überleben stell dir mal vor Ich bin nur da Ah meine Haha Alle Feindkontakte eliminiert Schau mir grad schön TV Total Crash Challenge ane Schau mir grad schön Während ich zucke Nicht auf mich Feuer Vorräte bereit zur Auslieferung Vorräte bereit zur Auslieferung Alter ich hab fast keine Muni mehr ne? Ich hab ich hab nur noch ein Magazin aber ich pack die jetzt glaube ich weg Ne ich pack die Ah scheiße ich wollte sie weg snacken Oh mein Gott Oh mein Gott Alter ich hab nur ne Sniper Muni Ich hab Ja ich könnte mir Muni holen aber hab ich jetzt keine Lust zu Scheiße Wo ist denn der? Ja bei mir Ja wow Wohl geil Ah da Oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Hab ihn Oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Ja schieb zu Ende Nice Boah ich hab die ganze Zeit Quickscops gemacht Boah jetzt hab ich aber echt kein Muni mehr jetzt muss ich ja jetzt was holen Ja ich auch Ich hab für die MP5 fast nix und für die Barrette Scheiße Barrette scheiß ich baller die Barrette weg Und nehm dafür eine schöne Typ 95 Mit dem Rotpunkt wie es hier Ich behalte die Barrette noch Leil was hab ich denn jetzt gemacht? Bitte sehr Scheiß mal auf Ich hab meine Muni nicht mehr Mach mal 5 bitte Ja zu sehr was freut Leil Was will ich mir jetzt holen? Achja ne MG Für die MP5 Selbstmord Appentäter Auf Distanz bleiben Selbstmord Appentäter Lade nach Meine Scheiße Ne nicht rushen Ne aufzurushen Lass sie kommen bitte Ich brauch jetzt Kills Ja aber Ja aber Bisschen fehlt aber Na Das geht ja gar nicht So Mervoy-Granate So Schäuere Barrette du ziehst sie mit einem Schuss Seuss muss nachnan Boom 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 Big Scope Amarsch Big Scope zehn Stunden später Dirk'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. das ist die ganze zeit oben kämpfen ja okay lass die ganze zeit umkämpfen ich schaue da hin und du schaust in diesem langgang bei der nächsten pause will ich hier oben drauf wieder leicht bestimmt lass das mal machen lass gleich mal hier oben drauf gehen diesen kiosk nachdem ich habe wenn ich mir für ihn verholen scheiße ich bin fast down ab alle brauchen wir einen Muni jetzt oh ich kann mir die MG holen also brauche ich jetzt keine Muni kann ich mir 500 geben ich gebe die dir auch zurück auch Dankeschön ich gebe dir baldmütigst und jetzt ist eine Type 95 mit Rotpunkt Visier MG36 und Type 95 jetzt hole ich mir dann gleich selbst wiederbelebung und äh davor muss ich dir noch was geben ich benutze jetzt erstmal die Type weil ich brauche jetzt die andere noch nicht wenn der erste juggernaut dann später kommt scheiße lasst euch mal versuchen da oben drauf zu kommen beide ja ich bin schon oben geh dich mit na da ist ein Hund boom boom Alter die machen hier noch One-Hit-Deal Type ich mach die ganze Zeit One-Hit-Deal ich mach die ganze Zeit One-Hit bei mir nicht also bei den 150 dann wow yes genau oben kannst du dich noch verpissen ah nice guck das war kein One-Hit gerade von hier oben aus Snipe ich lieber hier oben ist eigentlich doch ganz geil weil man kann aber schön wiederbeleben und dann mal auf gute Deckung und die Hunde kriegen einen nicht die Blätter wird wieder vorne stehen ähm ich sollte mir nur Aya soll ich dir zu vergeben na ich will erst mal sehen wie viel hast du was ich bin eigentlich eine gute Waffe gekauft man hat nicht ich habe nur 2500 ja das braucht dann Spaß noch warte kurz ich gehe kurz 500 Prozent aber nee die Sniper behalte ich erst einmal geschützt ich schon einmal geschützt ne na stimmt macht das mal habe ich schon ich behalte erstmal noch die Barrette kommt der Aurelund war das Geschick ich hab ich geschickt okay Mg 36 raus jetzt mit Fettkrim nach Metzelt ich hab mir ne Granate vorgeworfen warte er ist ein Flash nice ich hab auch noch ne Flash hinterher geworfen oh warum ist der nicht geflasht Aua ich bin verletzt warte mal den können wir schön verarschen warte mal kurz ähm Junge Junge ich muss weg mach ihn platt Alter wir werden doch jetzt nicht in der ersten zehnten Angriffswelle verlieren Flash ihn nice hol ihn hier nice boah lecker okay das sollten wir anders machen ich hab keine Selbstwiederbelebung mehr das ist ein bisschen scheiße ich bin noch nicht ein einziges Mal korrekt das hallo hallo was okay ähm Submaschinen ganz ich glaub ich fack mir die Waffe jetzt doch weg braucht ne andere Typ 90 meinst du? nein MP7 und Typ warte mal was gibt's denn noch so äh das hier P90 P90 ist eigentlich auch ganz nice A12 ist scheiße oh jetzt kommen die übelten also die schwereren ja jetzt kannst du nicht mehr One-Hit-Mission-Sniper und auch nicht mit der Typ ja warte mich verarschen jetzt wo ich mir ne Waffe kaufe kommen die mit AK ich weiß doch jetzt kommt mir die MP7 gleich weg für die AK da würd ich auch machen die MP7 ist hier nicht so